Trainer Jan Siewert von Borussia Dortmunds zweiter Mannschaft steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum englischen Erstligisten Haddersfield Town. Das berichten die Ruhenachrichten und die BILD übereinstimmend. Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Der BILD zufolge zahlt Haddersfield dem BVB eine Ablöse in Höhe von 300.000 Euro. Erst vor wenigen Tagen hatte sich der Tabellenletzte der Premier League von Trainer David Wagner getrennt. Kurios, Wagner war 2015 ebenfalls vom BVB 2 nach Haddersfield gewechselt. Borussia Dortmund wollte sich auf Nachfrage von Gohl und Spox nicht zu der Thematik äußern. Jan Siewert war seit 2017 beim BVB. Siewert begann seine Trainerlaufbahn als Nachwuchskoordinator beim DFB, ehe er über Tätigkeiten bei Erwesen und und dem VfL Bochum im Sommer 2017 als Trainer bei der zweiten Mannschaft des BVB anheuerte. Siewerts Nachfolge bei Dortmund 2 könnte laut BILD Alen Terzic antreten, der Bruder von Lysia Favre Co-Trainer Edin Terzic. Bis zum nächsten Mal.